In einer Wolke aus Schnee fliegt sie über das Land und wen sie mit ihren eisigen Händen packt und in den ewigen Winter verschleppt und wen sie dreimal küsst, der erstarrt für immer zu Eis, der ist des Todes. Weil er nicht mehr lebt, Gerda, er ist tot. Ist er nicht! Ich bin gleich ein wenig eingemeldet. Er ist gefangen in einem Palast, ganz aus Eis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017